Ja, herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin. Ein weiteres Mal ein Spitzengespräch, wobei auffällt, dass wir nicht in der Akademie sind, jedenfalls ist meine Bücher waren nicht vorhanden, sondern ich bin auf Reisen gegangen in eine Praxis zu einem Kollegen, zu dem Kollegen Hort, der Ganzheitsmediziner ist, aber da gibt es ja auch einige von, aber ich glaube, er ist etwas, was fast einmalig ist. Er ist Ethnomediziner. Herzlichen Dank für das Gespräch und ich bin gespannt und ich denke unsere Zuhörer auch, was sie uns zur Ethnomedizin erzählen können. Ja, Ethnomedizin beschäftigt sich mit dem alten Heilwissen der Völker, der Kulturen, also das, was so die Menschen, die sich bemüht haben, ja, das Beste für ihren Stamm, für ihre soziale Gemeinschaft herauszufinden, wenn es darum geht, Unterstützung aus der Natur zu bekommen. Und das, was Menschen da zusammengetragen haben, ist eine Schatzkiste voll mit wertvollem, gereiften Wissen und man gibt ja in die nächste Generation in der Regel nur das weiter, was sich auch bewährt hat. Und so haben sich über die Jahrtausende einfach bestimmte Dinge immer mehr als wirksam herausgestellt, während andere Dinge aus der Natur sind auch verschütt gegangen, zu Recht, weil sie nicht die Wirkung hatten, die man sich erhofft hat. Und selbst ich kann in den 35 Jahren, wo ich hier am Stein oder mehr tätig bin, kann ich sagen, da habe ich schon viel Hochdosis Naturmedizin ausprobiert, die nichts gebracht hat, von der wir früher aus der klassischen Phytotherapie immer dachten, Mensch, das ist doch eine tolle Sache. Aber ich kann inzwischen sagen, es gibt wunderbare Dinge, die wir heute mit großem Erfolg anwenden können und die eine echte Alternative zur Schulmedizin darstellen. Aber so wie ich unsere Medizin kenne, sind Sie ja nach dem Staatsexamen mit Sicherheit nicht ausgebildeter Ethnomediziner gewesen. Wie ist das denn passiert? Ja, mich hat das Reisen immer interessiert. Ich bin schon während des Studiums, habe ich meine Doktorarbeit über den Darm geschrieben. Okay, oh, Jahre voraus, ja. Ja, und habe dazu Stuhlproben unter der Landbevölkerung Sri Lankas gesammelt. Oh ja. Und mein Doktorvater hat mich da richtig auch entsprechend motiviert. Also keine deutschen Studium, sondern von Sri Lanka. Genau, damals ging es noch darum, die sogenannte Birkett-Hypothese zu untermauern. Umso schneller die Darmpassagezeit ist, umso seltener tritt Apendizitis, also Blinddarmentzündung auf, kein Reizdarm, kein Dickdarmkrebs. Okay. Und die statistischen Untersuchungen dort haben gezeigt, die kennen das noch nicht immer, diese Erkrankung. Und das wollten wir eben jetzt gucken, welche Enzyme sind da im Stuhl. Wir haben damals die Elastase 1 als erste definiert und wir haben natürlich ganz viele Parameter gesammelt, nachdem ich dann mit meinem Fäkalienkörperchen am Frankfurter Flughafen ankam, die natürlich als wertvolles WHO gut definiert waren, damit sie dort auch in den Kühlschrank geschoben werden dürfen. Ja, aber das Mikrobiom kannte man ja noch nicht damals. Nee, nee, aber das ging damals schon so los. Und also die Reisen haben mich immer interessiert, zu schauen, wie gehen andere Kulturen, andere Völker mit dem Thema Gesundheit und Krankheit um, was können wir von anderen lernen. Und inwiefern kann ich ein Ethnopicking betreiben? Das heißt, zu schauen, wo ist die Kernkompetenz einer jeglichen Kultur? Okay. Wir würden sicherlich nicht nach Tibet fahren, um uns von einem tibetischen Lama über Ernährung Ratschläge zu holen. Wir würden uns auch sicherlich in Tibet nicht vorrangig massieren lassen, weil da oben ist es einfach zu kalt. Ja. Da zieht sich keiner aus, da gibt es keine Massagekultur in dem Sinne. Genauso wie ein Tibeter auch heute, der in Deutschland länger lebt, der empfiehlt einem mit bestem Gewissen und mit großen Augen, dass man Buttertee trinken sollte, weil das den Körper gut aufwärmt. Aber dafür haben die Tibeter ihre Kernkompetenz, wenn es darum geht, vom Dach der Welt uns mit Techniken zu beschäftigen, die uns ruhiger, entspannter werden lassen, Meditationstechniken, Entspannung, Heilungstechniken. Also es hat sich dann wirklich so bestätigt, dass wir sind zwar alle Menschen, aber in Abhängigkeit von der jeweiligen Lebenswelt hat es auch ganz unterschiedliche Heilmittel gegeben. Oder gibt es heute noch? Ja, ganz unterschiedliche Ansätze. Die HUNA-Medizin, die ich sehr viele Jahre erforscht habe, die geht mehr mit der Lumi-Lumi-Massage und mit einer Sichtweise, die auch stark in Psychosomatik reingeht, geht mehr, da wird der ganze Körper aus dem Becken heraus entwickelt. Daher auch der Huller-Tanz. Also alle Krankheiten haben so aus der alten, heiwanischen Sichtweise den Ansatz, dass sie aus dem Becken heraus behandelt werden müssen. Bei den Aborigines zum Beispiel kommt die Heilkraft aus den Pflanzen, aus der Natur. Da gibt es die Kraftplätze, da verbindet man sich mit Orten, wo man einfach merkt, hier wird man schneller wieder in die Lage versetzt, in seine Kraft zu kommen. Und dabei helfen dann bestimmte Heilpflanzen, wieder sich zu erden, wieder zur Ruhe zu kommen, in die Kraft zu kommen. Und so hat jede Kultur so eine ganz eigene Kernkompetenz herausgearbeitet, wo sie einfach besonders gut sind und wo sie in dem Bereich auch besonders nach Heilpflanzen geschaut haben, die sie unterstützen können, um wieder ein verlorengegangenes Gleichgewicht wieder herzustellen. Ja, also offensichtlich scheint da etwas dran zu sein. Der Kollege Schmiedel sagt immer, es gibt nur Heilpflanzen, keine Heiltiere, außerdem Heilbutt, aber das sind Fisch. Also die Heilpflanzen haben offensichtlich eine besondere oder haben besondere Eigenschaften, ob das jetzt nun mit Spiridität versehen etwas ist, was uns die Natur schenkt, sei dahingestellt, aber es ist in den Pflanzen vorhanden und es ist reproduzierbar vorhanden und offensichtlich, wenn man sich lange genug damit beschäftigt und diese Völker haben das getan, kommt da reproduzierbar etwas bei herum, wenn man sich mit diesen Pflanzen entsprechend abgibt. Genau und Ethnomedizin heißt jetzt, wir identifizieren, welche Pflanzen über Jahrtausende erfolgreich waren und von jeder Generation zu Generation weitergegeben worden sind. Besonders intensiv sieht man jetzt in der chinesischen Medizin, wo so alle 200 Jahre, alle 200, 300 Jahre gab es einen berühmten Arzt, der nochmal alles auf den Prüfstand gestellt hat und nochmal ein völlig neues Buch geschrieben hat und dann 200 Jahre später wieder ein neues Buch. Und das, was sich in den Büchern gehalten hat, das ist das, worauf wir geschaut haben und wo es jetzt darum ging, mit den modernsten Mitteln der Wissenschaft zu schauen, was sind jetzt die wirksamen Inhaltsbestandteile einer Heilpflanze, die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Was macht jetzt diese Heilpflanze aus, dass sie so stark wirkt? Welcher Stoff ist es? Das ist zum Beispiel in der Astragaluswurzel ist es das Astragaloid. Okay. In der Granatapfel ist es die Elaksäure. Also man weiß heute genau, wie diese Inhaltsbestandteile heißen und man hat dann geschaut, wie viel dieses Inhaltsbestandteils brauche ich, um zum Beispiel den Blutdruck um 10% zu senden oder den Zuckerspiegel um 10% zu senden. Also da ist eine Dosisabhängigkeit offensichtlich. Genau, da ist die Dosisabhängigkeit und dabei ist nochmal entscheidend die Frage, nehme ich jetzt nur ein Pulver aus dieser Pflanze heraus oder kann ich ein Extrakt herausziehen? Das heißt, Extrakt bedeutet, alles was unwirksam ist, kommt weg. Zellulose, Rindenbestandteile, alles wird weg, extrahiert, sodass wirklich nur das Wirksame übrig bleibt. Und das kann ich nochmal vielfach verstärken, je nachdem welches Extraktionsverfahren ich verwende. Und jetzt hängt die Wissenschaft erst an, vergleichbar zu werden, weil wenn ich zum Beispiel die Ginsenoide vergleiche aus der Ginsengpflanze, dann muss ich wissen, habe ich hier ein Extraktionsverhältnis von 0, also reines Pulver, oder 1 zu 20 oder 1 zu 50. Oder wir sehen es vorhin bei Traumkernextrakt, OPC. Hier muss man immer schauen, ist es 1 zu 10, 1 zu 20 oder sogar 1 zu 100. Das heißt, 100 Mal so stark. Das heißt, ich müsste die Menge von 100 Traumkernen nehmen und auf die Größe eines Traumkerns reduzieren und habe darin die ganze Heilkraft. Aber kürzerische Frage. Heute haben wir ja technisch rauf und drunter die tollsten Verfahren zur Verfügung. Aber seit wann extrahiert man denn? Ist das auch schon teilweise alte Technik? Ist immer schon extrahiert worden? Ja, das ist schon immer extrahiert worden. Aber dass wir es jetzt in der Naturmedizin in dieser Form haben, da kann man sagen, das hat mit dem Lektin aus der Mistelpflanze angefangen. Madabs, das waren die Ersten. Das ist etwa 15 Jahre her. Das waren die Ersten, die gesagt haben, wir nehmen nicht die gesamte Mistelpflanze, sondern wir nehmen das Lektin raus und spritzen das den Krebspatienten direkt. Und die haben den Anschub gegeben. Und so haben wir jetzt eine breite Vielfalt von Hochdosis-Naturmedizin-Rezeptoren, die wir als echte Alternative einsetzen können zu einer Vielzahl von schulmedizinischen Präparaten. Da wäre nochmal interessant, Sie haben erzählt, dass es also reichlich Literatur gibt. Und wenn ich mir die Historie anschaue, dann ist das ja einfach zu erklären. Aber diese reichhaltige Literatur ist jetzt auch schon mit diesen Extrakten gemacht? Mit diesen hochgereinigten Extrakten? Naja, aus den letzten 10 bis 15 Jahren in zunehmender Weise. Und auch unser Professor Michalsen aus der Charité in Berlin, auch ein starker Verfechter der Hochdosis-Naturmedizin, der sagt sogar, wir können bis zu 80 Prozent der Schulmedizin zurückstellen zugunsten der Pflanzenmedizin, aber nicht in der klassischen Form der Phytotherapie. Die ist verstaubt, weil das hieß mal, bringen Sie dreimal am Tag eine Tasse Mistel-Tee und das in 10 Minuten 10. Das war kreuz und kreuz und kreuz und kreuz und kreuz. Heute wissen wir genau, wie viel Milligramm eines Mistel-Extrakts wir nehmen müssen, um diese blutdrucksenkende Wirkung zu haben. Wir müssen natürlich eins dazu sagen, und das möchte ich auch besonders betonen, hochdosierte Naturmedizin kann Schulmedizin ersetzen. Aber nur, wenn es uns gelingt, auch Rahmenbedingungen zu schaffen, nur dann kann es auch wirklich gelingen. Das heißt, Rahmenbedingungen heißt, eine gesunde Lebensführung, von der wir heute wissen, eigentlich weiß es jeder, wie er zu leben hätte. Da rennen Sie eine offene Tür bei mir ein. Also ausreichend Schlaf, ausreichend Bewegung, ausreichend Meditation. Meditation muss heute sein. Schlaf allein reicht nicht mehr aus, um die Stürme auf der Welt, ich will nicht sagen, den Irrsinn auf der Welt, dem, was standfest ist, entgegenzuhalten. Wir brauchen dann natürlich auch noch, last not least, die Ernährung. Und da ist natürlich auch jeder besonders aufgefordert, das Wissen, das er hat, umzusetzen. Aber wenn diese Dinge stimmen, dann kann mit Naturmedizin viel mehr erreicht werden, als im Moment die meisten Menschen glauben. Bevor jetzt noch in Einzelheiten von einzelnen Pflanzen oder Substanzen gehen, wäre noch mal interessant, Sie haben sich das alles mühsam zusammengetragen. Wie viele Menschen gibt es denn, die über ein vergleichbares Wissen verfügen? Oder haben Sie schon Schüler, denen Sie das beigebracht haben? Ja, also ich bilde Ärzte aus. Sie bilden aus, okay. Seit über 20 Jahren für die Ärztekammer Hannover im Bereich Naturheilverfahren. Von der Kammer anerkannt? Das ist anerkannt. Ja, super. Es gibt auch ziemlich viele Punkte. Wir haben auch verschiedene Online-Kurse auf der Ethnomed Akademie. Und von daher kann sich da jeder ausbilden lassen. Und die hier in Hannover sind, sind wir sehr glücklich, dass wir eine Ärztekammer haben, die sehr offen ist. Und auch früher schon, schon seit 20 Jahren mache ich die Kurse, auch mit Rüdiger Dahlke zum Teil. Da war am Anfang so ein bisschen, na, was machen die denn da? Und der große Chef hat zweimal im Kurs gesessen und hat dann gesagt, das ist durch. Und damit sind wir ganz klar auf dem Weg. Also wir haben viele Ärzte ausgebildet. Ich würde sagen, über 600, 700, 800 auf jeden Fall, die jetzt mit dieser Hochdosis-Nertronenbeziehung haben. Und das ist dann praktisch eine Zusatzbezeichnung, so wie ich, ich weiß nicht was... Ja, Naturheilverfahren. Naturheilverfahren. Naturheilverfahren, das kann ich dann auf das Arzt schreien. Und die lange dauert diese Ausbildung? Naja, es sind, es sind, wir haben sogenannte 80 Stunden, das sind, wir müssen zweimal 80 Stunden und einmal 160 Stunden nachweisen. Okay. Und das ist schon eine ganze Menge. Ja. Es ist dann noch ein Praktikum, weil da kommt schon einiges zusammen. Das kann man jetzt auch Wochenenden verzeihen. Also Praktikum ist auch noch dabei, das ist auch sehr schön. Und ist das eingepackt in alles in Präsenz oder haben Sie auch einen Teil schon als Online? Wir haben hier zunehmend alles auf Online. Ach super, das finde ich gut. Denn in dem Augenblick, wo ich demjenigen, der Interesse hat, das überlasse, wann er es tun möchte und es tun kann, mal am Stück oder mal schüppchenweise, das finde ich gut. Ja, wir nennen das jetzt die Ethno-Health-Coach-Ausbildung. Das heißt, Begleiter als Arzt, Begleiter von, oder auch für Heilpraktiker, für Apotheker, für Tierärzte, nicht, Begleitung mit hochdosierter Naturmedizin. Das finde ich gut. Das heißt also, wenn ich Interesse habe, egal was für eine Fachrichtung ich primär habe, ob ich jetzt Neurologe bin oder ob ich Gastroenterologe bin, ich kann mir die Ethno-Medizin reinziehen, mich weiterbilden und dann mit dem Wissen in meinem Fachbereich noch einmal Dinge bewegen, die ich sonst nicht bewegt kriege. Und wir kommen noch Fortbildungspunkte dazu. Natürlich, doch gut, gut. Alle Achtung, also dass Sie das geschafft haben, finde ich wirklich gut. Denn ich kenne andere Kammern, wir hätten wahrscheinlich drei Kreuze geschlagen, wenn man mit so einem Ansinnen gekommen wäre. Ja, wir räumen mich an Berlin, alleine eine Fachbildung schon, wollen wir nicht haben. Ja gut, gehen wir aber mal in die Details. Was ist denn so Ihre Lieblingssubstanz? Was würden Sie denn sagen, also das ist absolut der Knüller, der Renner? Na ja, ich bin fasziniert natürlich von Kurkuma in flüssiger Form. Okay. Als Infusion, wenn Patienten zu uns ein Stein oder mir zur Kur kommen, bleiben wir in der Regel ein oder zwei Wochen. Und wir können am Anfang die Entzündungswerte abnehmen, geben dann die Kurkuma-Infusionen, können dann die ersten Entzündungswerte, den hochsensiblen CAP-Wert, schon am Ende der Kur abnehmen und wir sehen, wie die Entzündungswerte runtergehen. Ob das bei Colitis ulcerosa ist, ob das bei den verschiedenen rheumatischen Erkrankungen sind, bei Fibromyalgie, natürlich bei den Krebspatienten, aber auch bei Hashimoto und den normalen Autoimmunerkrankungen. Und das ist schon ein richtiges Fund, wenn man hochdosiert Kurkuma geben kann. Oder Resveratrol, auch eine meiner Lieblingspflanzen, nicht, aus der Weintraube, nicht, das Resveratrol, eine auch Anti-Aging-Substanz. Ja, also daher kenne ich es also für die Gehirnzellen sehr gut, aber eben auch aufgrund dieser anti-entzündlichen Wirkung. Also ich meine, es hat sich ja langsam rumgesprochen, aber vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gehört haben sollten, die Entzündung ist die Mutter aller Krankheiten. Und es gibt so gut wie keine Krankheit, wo nicht primär oder sekundär ein begleitender Effekt die Entzündung ist. Und solange die Entzündung nicht aus dem Körper raus ist, habe ich eine Situation, die auf alle Fälle schlecht ist für die Situation in der Zelle. Ja, also wir haben uns auch ein bisschen auf Silent Inflammation Behandlung spezialisiert. Das heißt, es geht darum zu identifizieren, ist die Ursache einer autoimmun oder einer scheinbaren chronisch degenerativen Erkrankung, ist die nicht zurückzuführen, letztendlich doch auf eine schleichende Entzündung. Das muss man sich vorstellen wie ein Feuersturm, wie ein Schwellbrand im System. Und die Frage ist dann, wie kann ich dieses Feuer löschen? Und wie kann ich einen Beitrag leisten, den Entzündungsdruck, der auf dem System lastet, den zu identifizieren und Stück für Stück auszuschalten? Also Entzündungsdruck, der aus der Psyche herauskommen kann, aus der Adrenalindominanz. Ja, je nachdem, was ich da oben produziere. Was ich da oben produziere oder wo ich empfänglich bin für das, was von außen an Stress zu mir getragen wird oder an Ängsten in mir ausgelöst wird durch bestimmte Maßnahmen, das bringt mich natürlich in eine Adrenalindominanz, die auch meinen Vagusnerv erschöpft. Okay. Also ein Entzündungsdruck durch die vielen Gedanken und das psychosoziale, psychoemotionale, psychoökologische, was da auf uns zukommt, all das löst einen Druck, einen Entzündungsdruck aus. Und wenn der sich jetzt mischt mit ungünstiger Nahrung, dann kommt Entzündungsdruck nochmal aus dem Bereich dazu. Und wenn auch dann noch Gegenspieler wie Vitamin D oder wie Omega-3-Fetzer und die guten, die aktiven Omega-3-Fetzer, wenn die dann nicht als Gegenspieler entsprechend löschend auf das Feuer einwirken, dann heizen wir das Feuer ständig an, als würden wir Öl ins Feuer messen. Und so geht es darum, eben zu einem Lebensstil zu finden, der anti-entzündlich ist. Natürlich zu einer Ernährung zu finden, die anti-entzündlich ist. Ich teile Nahrungsmittel nur noch einen solch, die entzündungsfördernd und entzündungshekend sind. Weil wir müssen ja wirklich sagen, wenn 80 Prozent aller Menschen an den Folgen chronisch degenerativer Erkrankungen sterben, 80 Prozent, dann müssen wir doch sagen, da spielt die Musik. Das heißt, die Krankenhäuser sind erstmal voll mit solchen Leuten. Und das sind immer noch die Mehrzahl der Menschen. Absolut. Und wenn deren Krankheit zurückzuführen ist auf Autoimmunprozesse, heißt es doch, wir müssen irgendwo an der Ursache ansetzen. Und die finden wir allein schon im Ernährungsbereich zuhauf. Wir wissen, dass nur 11 Prozent der Bevölkerung ihr Wissen um Ernährung auch in die Praxis umsetzen. Wo soll es auch herkommen? Ja, das würde umgekehrt heißen, wenn wir Entzündungsfeuer schon mal löschen können, dadurch, dass es gar nicht erst entsteht, durch eine andere Form dessen, was wir dreimal am Tag hier oben reinstecken, dann hätten wir ganz andere Belegungen auf den Intensivstationen. Würde umgekehrt sogar heißen, wenn wir dem Staat wirklich wichtig wären als Bevölkerung, dann würden wir nicht nur das Volk mit Vitamin D versorgen, Vitamin C, sondern wir würden auch gucken, dass erstmal alles Ungesunde, wenn nicht verboten wird, zumindest steuerlich sehr hoch belegt wird, damit Anreize geschaffen werden. Aber auch hier ist die Nahrungsmittel-Lobbyleiter so fest im Sattel. Das sehe ich auch so. Wenn ich jetzt auch mal dagegen schieße und sage, kann es sein, dass diese Entzündungsmasche, Zahleninflammation, klingt ja ganz gut. Ich kann mich erinnern, das war ein großer Headline auf American Times damals. Ja, Zahleninflammation, ohne dass da wirklich Substanz dahinter war, hatte ich zumindest damals den Eindruck. Jetzt wissen wir inzwischen viel, viel mehr, aber kann es sein, dass es nur eine Blase ist, wo es wieder Blub macht, das Ganze wieder verschwindet? Nee, ausgeschlossen, ausgeschlossen. Also dazu wissen wir zu viel. Also für mich, ja, ja, für mich sind die sogenannten Vorerkrankten, das sind Menschen, die schleichen Entzündungsprozesse. Und das macht es natürlich gefährlich, wenn da ein Virus draufkommt, gibt es ordentlich einen auf die Mütze. Aber leider hat auch eine Impfung einen gewissen Einfluss auf diese Silent Inflammation. Das heißt, auch ein Rheumapatient oder ein Krebspatient oder ein Colitis-Patient muss wissen oder aufgeklärt werden darüber, dass auch eine Impfung ein Entzündungsfeuer, ein Zytokinsturm, den man das auslösen kann. Und das gehört einfach zur fairen Aufklärung dazu, dass man das macht. Das war, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Das habe ich auch erst sehr, sehr spät gelernt, muss ich sagen. Das Wort Zytokine. Die Zytokine, die wir inzwischen kennen, 1 bis 17 oder 22, ich weiß nicht, wo wir inzwischen sind, sind Botenstoffe, die von den Zellen gebildet werden, und zwar von den unterschiedlichsten Zellen. Und damit werden nahezu alle Organe zu Drüsen. Früher haben wir gelernt, ein paar Drüsen, die Botenstoffe, sprich Hormone machen. Aber wenn wir jetzt wissen, dass alle Zellen solche Zytokine zwar ganz unterschiedlich ausschütten, dann wird damit jede Zelle zum Bodenstoffproduzenten, beziehungsweise jede Zelle ist in diesen, ja, eigentlich so schön, Cross-Talk, in das Gespräch verwickelt. Und wenn diese Bodenstoffe nicht gebildet werden, weiß die nächste Zelle nicht, was da los ist. Oder wenn falsche Bodenstoffe zu viel gebildet werden, dann denkt die Zelle, wer weiß, was ist los, und reagiert falsch. Also diese Zytokin-Message oder das Zytokin-System ist, glaube ich, eine ganz wichtige Errungenschaft, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Und unglaublich kompliziert. Ja. Unglaublich kompliziert. Und gut, das würde ein neues Kapitel aufmachen, aber jeder, der sich mit dem Immunsystem beschäftigt, der muss also schon sehr gut vom Fach sein, um eine Aussage machen zu können, dass eine Impfung keine Auswirkungen auf dieses Immunsystem hat, langfristig. So eine Aussage kann nur jemanden treffen, der selbst darüber geforscht hat. Und es wird immer andere geben, die zu einer anderen Meinung kommen. Und in der heutigen Zeit müssten wir als Gesellschaft so weit sein, dass wir beide Meinungen akzeptieren und genau zuhören. Also das wäre sicherlich der Wunsch, dass wir wieder zu einer Situation kommen. Wenn wir sehen, wie unterschiedlich die Meinungen jetzt in dieser Impffrage und so sind, oder in der Medizin, wir als Naturheilärzte oder ich als Ganzheitsmediziner vertrete erstmal einen probiotischen Ansatz. Das heißt, der Ansatz ist der, das Vorhandene, das Gesunde zu stärken und nicht erstmal antibiotisch alles andere zu bekämpfen. Weil jeder Mensch hat ein Recht auf ein natürliches Schicksal. Und an dieser Stelle können wir ihn als Arzt unterstützen, indem wir das Gesunde, das Funktionierende stärken, optimieren mit Vitamin D, mit vielen, vielen Sachen und natürlich auch mit vielen, vielen Heilpflanzen. Wo wir heute immer genauer wissen, wie heißen die Innenseinstoffe, wie wirken sie und wie viel Milligramm müssen wir davon täglich einnehmen, um einen ganz bestimmten Effekt auch erzielen zu können. Und so können wir Einfluss auf das Gesunde nehmen und damit das Milieu so verbessern, dass wir auch sehr abwehrstärk sind. Denn, wie sagten immer wieder die Ärzte auch der Vorzeit, nicht die Giftigkeit, die Toxizität eines Erregers bestimmt, ob jemand daran stirbt, sondern immer das Milieu, auf das er trifft. Und wenn dieses Milieu gut vorbereitet ist, kann der Erreger noch so gefährlich sein, er kann nicht durchdringen. Das ist die Natur, die das gelernt hat über Millionen von Jahren. Und das heißt eben auch Ganzheitsmedizin, dass wir dieses Millionen, dieses alte Wissen mit einbeziehen und da gehen die Meinungen nicht auseinander. Da hat sich von Generation zu Generation eben heraus gebildet, dass eine Maka-Wurzel aus Mexiko, eine Astragalus-Wurzel aus China, eine Ashwagandha-Wurzel aus Indien, eine Rhodiolan-Rosenwurzel aus Kanada, dass solche Wurzeln eben bei Burnout, bei Erschöpfung, nach Krankheiten, nach Unfällen einfach einem Menschen helfen, wieder in die innere Erdung, in die innere Souveränität reinzukommen. Das ist einfach gereiftes Heilwissen. Da kann nicht eine andere Meinung dazukommen, weil es sich einfach über die Zeit so rausgebildet hat. Während bei der chemischen Industrie, dann haben wir immer die Meinung hier, eine Gegenmeinung da. Und es ist alles so weit weg von der Natur. Ja, und häufig wissen wir ja überhaupt nicht, was so eine Substanz im Körper macht. Das ist ja absolut null Kenntnis da. Macht zwar eine stoffigste Klasse sein, aber schon eine OH-Gruppe, eine Methylgruppe, wurde reingeklebt, hat das eine ganz andere Wirkung. Also von daher ist es sicherlich gerechtfertigt, dass ich solche Substanzen, Doppelblint Placebo kontrolliere und und und. Aber natürliche Substanzen, wenn sich da herausstellt, A, wir brauchen es, Vitamin D oder Vitamin C und so weiter, wir brauchen es. Und wenn es nicht da ist, ich kann es herstellen, günstig herstellen, dann soll ich das doch in Gottes Namen machen und ersetzen. Warum soll ich mit einem Mangel rumlaufen wie im Auto? Ich weiß natürlich, mein Auto kann ich, wenn ich vorsichtig fahre, auch mit Platten fahren. Aber wenn ich schnell um die Kurve fahre, ist die Karre im Dreck draußen. Und deswegen pumme ich meine Reifen auf. Warum soll ich das gleiche Prinzip nicht mit meinem Körper machen? Dass ich ihm das gebe, was er braucht, damit er sauber durch die Spur zieht. Ich vergleiche es immer gern mit einem Fahrrad. Wir wollen in unserer Praxis den Patienten Lust darauf machen, wieder mit zwei aufgepumpten Reifen durchs Leben zu fahren. Weil wir sind als Menschen so ulkig, dass wir uns schnell dran gewöhnen, mit zwei platten Reifen jeden Morgen zur Arbeit zu fahren. Und da kann man sich wirklich dran gewöhnen. Und wenn beide Reifen nur zu 20 Prozent aufgepumpt sind, gewöhnt man sich an das mühsamen Treten. Aber Gesundheit bietet mehr. Unser angelegtes biologisches Potenzial gibt weit mehr her. Und ich vergleiche es gerne mit, stellen Sie sich vor, Ihre Reifen sind voll aufgepumpt. Wie viel Spaß kann dein Radfahren wieder machen? Wie weiter kann man auch mal hinter die sieben Berge fahren? Mal gucken, was da so los ist. Ja, also ich denke, wir sollten viel, viel mehr über das Thema Lebensqualität reden, als über Krankheit. Die Gesundheit ist was Tolles, aber die Gesundheit ist praktisch ein Abfallprodukt. Wenn ich den Körper so fit mache, dass ich eine Top-Lebensqualität habe, dann gehört das praktisch automatisch dazu, dass der Körper sich um die Gesundheit kümmert. Während wir müssen uns mühsam oder glauben, wir müssen uns mühsam mit irgendwelchen Medikamenten oder oder die Gesundheit wieder beschaffen. Es wäre viel einfacher, sie auf natürlichem Wege zu erhalten, indem der Körper top-fit ist. Absolut. Und nun steht alles zur Verfügung aus dieser Schatzkiste der Natur. Wir wissen heute, wie die besten Bären heißen. Wir konnten definieren, welches die besten Bären sind, die den höchsten Gehalt an natürlichen Antioxidantien haben. Das Acai, Aronia, Camus Camus, Goji, Shizamba, Baobab aus Afrika, eine unglaubliche Heilpflanze. Unglaubliche Power, wenn es darum geht, das Immunsystem zu stärken. Wir haben die besten Wurzeln, wie ich eben schon sagte, zur inneren Erdung. Wir haben die besten Pilze, die besten Algen. Wir wissen heute genau, was ist am effektivsten und was sind die Inhaltsstoffe, wieso ist das? Und wie viel müssen wir davon nehmen? Thema Dosierung. Eben haben wir beim Vitamin D ja die Sorge, dass man es überdosieren könnte, was rein theoretisch ja auch möglich ist, aber nur unter abstrusen Verhältnissen. Wie sieht das denn mit diesen anderen Naturstoffen aus? Kann ich da jemanden löffelweise in den Tod bringen? Also ich habe es jetzt noch bei keinem erleben müssen. Wir wissen natürlich immer, die Menge macht das Gift, gar keine Frage. Es wird sicherlich oben irgendwo Grenzen geben. Aber wir probieren oder ich verschreibe seit jetzt 35 Jahren Naturmedizin, seit sieben Jahren jetzt diese Hochdosis Naturmedizin in exzessiver Weise, fast noch nur noch ausschließlich und beobachte da natürlich auch, wie hoch können wir gehen und bin natürlich auch dankbar für jeden Arzt, den ich ausbilde, dass der mir dann auch weitere Erfahrungsberichte schickt und da ist bisher noch nichts Negatives zurückgekommen. Wir müssen natürlich bei den Algen aufpassen, wenn jemand eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Gut. Wir müssen gucken, wenn wir Wurzelextrakte geben, das ist schon ein ordentliches Brikett nachschieben. Wenn jemand jetzt einen hohen Blutdruck hat, dann kriegt er noch so ein Wurzelextrakt oben drauf und nimmt das dann vielleicht noch abends, dann wird er schimpfen, dass er in der Nacht nicht schlafen kann. Okay. Na gut, eine schlaflose Nacht wäre dann eine Nebenwirkung, eine nennenswirkende Nebenwirkung. Genau, die man aber auch wieder nutzen kann, um sich nochmal Grundfragen zum Leben zu stellen, um für sich dann noch einen Schritt weiter zu kommen. Auch nicht das Verkehrteste. Ja. Aber wir haben dann natürlich die vielen wunderbaren Dinge aus der chinesischen Medizin. Wenn ich an die alten chinesischen Heilkräuterrezepturen denke, da haben wir ja wirklich, da gucken wir auf 2.000, 3.000 Jahre zurück. Ja. Das ist natürlich ein richtiger Zeitraum. Und wenn dann eine Rezeptur, ich denke jetzt gerade an eine, sie nennt sich auch Sisyphus, diese Rezeptur, die wird in China als die Studentenrezeptur bezeichnet, weil sie etwas zu etwas verhilft, was in der heutigen Zeit ganz spannend ist. Sie hilft nämlich, sich entspannt zu fokussieren. Relaxed Focusing. Das heißt Heilkräuter, die nur unter dem Aspekt zusammengestellt sind, wie kann ich möglichst wach, möglichst konzentriert bei einer Sache dabei bleiben. Oder eine andere Rezeptur, da geht es nur darum, für Herzunruhe, Herzrasen, Herzklopfen, wieder so ein emotionales Gleichgewicht herzustellen, wenn Ängste, Schlafstörungen, Herzklopfen so zusammenkommen. Das sind immer so Symptomkomplexe. Und für diesen Symptomkomplex gibt es dann zugeschnitten eine Rezeptur. Ohne dass wir jetzt mit einem Psychopharmaka irgendwas wegschneiden, was wir nicht haben wollen, und dann ein Stück für unsere Persönlichkeit abtrennen von uns, geht es auch hier darum, in diesem feinstofflichen Bereich einer Kernkompetenz zu vertrauen, dieser chinesischen Medizin, die uns da Rezepturen anbietet, die uns wirklich helfen können, in unser Leben zu erreichen. Oder, last but not least, eine neue tibetische Rezeptur, eine Lungenrezeptur, Lungen ist die Windkrankheit. Die Krankheit des zuvielden Denkens. Und wenn wir heute in der heutigen Zeit sehen, wie stark Ängste sich verbreiten, da gibt es Menschen, die haben Angst vor Viren, andere Menschen haben Angst vor dem Staat. Es gibt unterschiedliche Ängste. Aber viel spielt sich einfach im Kopf ab. Viele Triggerungen stoßen dann auf alte Lebensthemen. Und da ist man natürlich gut aufgestellt, wenn man gut geerdet ist, wenn man in sich gut befestigt ist und mit diesen Stürmen im Kopf gut umgehen kann. Und da hat die tibetische Medizin eine Kernkompetenz, wenn es darum geht, neben Meditationstechniken uns eben auch eine bestimmte Kräuterrezeptur oder verschiedene Rezepturen anzubieten, die helfen, den Geist zu klären. Also wäre das zumindest mal ganz vorsichtig für jemanden, der es nicht so intensiv gelernt hat, eine Möglichkeit in einer Situation, wo er seine ganze Standard-Munition verschossen hat, zu sagen, warum soll ich denn nicht so was mal probieren? Und dann wird man ja sehen, wie das Ergebnis ist. Erst mal immer selbst ausprobieren, selbst erfahren. Und dann stellt man fest, es gibt wirkliche Alternativen zur klassischen Schulmedizin, die immer gegen etwas arbeitet. Wir wollen für etwas arbeiten, für innere Stabilität, für innere Kraft, für stärkes Immunsystem, für Reparationsmechanismen, die noch gezielter am richtigen Ort jetzt greifen. Ja, dann würde ich sagen, das klingt sehr verheißungsvoll und ich kann den Kollegen nur empfehlen oder den Interessierten nur empfehlen, sich näher damit zu beschaffen. Wir werden natürlich, wie wir es immer tun, unter dem Video entsprechend dann Verlinkungen auslegen, wo man sich a schlauer machen kann, b, wenn wir es schaffen, auch noch Bezugsquellen von diesen neuen Substanzen und probieren Sie es aus. Es scheint sich zu lohnen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.